Von dem heißt Piano-Bild. Naja, genau. Den gibt's, oder? Dann haben sie ja irgendwie das W gebufft, dass man jetzt auf W gehen kann. Ja, haben wir auch schon gesehen. Die sind aber trotzdem, also, die anderen sind trotzdem noch besser, also der Piano-Bild. Ja, also an sich, ja, alles klar, aber ich hab dann ein paar verschiedene Guides gelesen und irgendeiner hat dann gemeint, du musst voll auf den Stamm gehen, weil du eigentlich auch ein Nutility-Heiler bist oder so, keine Ahnung. Ähm, und mehr Schaden durch Stunt verhindern, sollst als wegheilen oder so, das war irgendwie, war ich nicht so gar nicht verstanden. Also, irgendwie schon, aber. Ich, äh, wir, äh, falls wir haben, oder was? Sylvanas, okay. Okay, bin ich natürlich auch immer dabei. Oder halt viel mit Stunt, oder so. Wir werden ein neues Schicksal schicken. Elite Varian. Oh, bitte keinen. Ähm, was machen wir jetzt? Wir haben wieder die... Kelters Teiches? Ja. Ja. Schalanore. Hattet ihr die Carvat-Animation gesehen zu ihm? Ne, gibt's eine neue. Zu Aschalanore? Ne, die ist alt. Die von Kel ist alt. Ach so, ja, die haben einen Spiegel. Ja, genau. Oh, ich fand das in dein Abatur. Die beste finde ich von Nasebo. Der hat ja jetzt, da gibt's ja jetzt so ein Lied dazu. Das ist neu. Ach so, ne, das kenn ich nicht. Das ist ganz, ganz neu. Man hat halt die ganzen Sounds von den Effekten zusammengeschnitten und dann hast du so ein... Okay, guys. Wir haben hier Varian Butcher. Also ich glaube, Mogadin... ...wär noch härter. Wir haben relativ viel gegen ETC. Ja. Wir haben schon hier einen doppelten Stunt Charge. Walter von... Ja, okay, die nehmen ETC, whatever. Ja, Auri lasst uns beide. Zaya und Auriol, ja. Wobei ihr natürlich auch Funkelchen nehmen kannst. Gegen der Map. Ja, es ist nicht so wild. Äh, die haben uns Tyrande weggenommen. Funkelchen ist nicht, ne. Ach so, es ist gebannt. Oh. Ja. Was hast du noch im Angebot? Kannst du, ähm, Tassara? Äh, was hat denn lange nicht mehr gespielt? Oder mal Furion. Ob Shit, ne? Ja. Oder mal Furion. Mega, sag was. Malf geht auch. Was du lieber spielst. Was? Beides. Und dann auf Silence und, äh, müsste auch gehen. Brutfeld-Skillen? Macht ja auch Sinn, ne. Ja, definitiv. Größe oder den Brokkoli? Größe, Brokkoli. Kannst du alles machen. Ja. Wende den Triant ernsthaft Brokkoli. Hm, ich mach das, weil ich hab das irgendwann von irgendwo gehört. Try's nicht. Okay. Okay. Ich musste gerade auch erst mal zwei Sekunden überlegen, bis dass ich gemerkt hab, was gemeint war. Ihr kennt doch noch Darkwing Duck, oder? Ja. Da gab's auch diesen bösen Brokkoli, Mann. Echt? Das weiß ich nicht mehr. Wie hieß der nochmal? War das Brokkoli, Mann? War das einfach nur so ein Pflanzentyp, oder nicht? Das weiß ich, so ein Pflanzentyp, ja. Das weiß ich, so ein Pflanzentyp, ja. Ja, war das grüne Ente da. War das nicht Brokkoli? Das weiß ich doch nicht mehr, Alter. Oh mein Gott, ey. Das ist natürlich sozial, äh, wie heißt das, äh, nicht sehr wertvoll. Sozialpädagogisch nicht sehr wertvoll, nee. Wie hieß'n der nochmal? Neue Bösewicht. Ich google. Nein, doch. Nein, ach ja. Ah, ich kann schreiben. Benni Buchsbaum. Ah, Buchsbaum. So, der Schanzenmensch. Doch, jetzt sagt's mir auch was. Aber ich hab da so'n Traumarzt. Ich, ich mochte das auch mal, bis ich's nicht mehr mochte. Ich möchte nicht drüber reden. Zwo, eins, Riegel. Oh Gott. Wie kann man das nicht mehr mögen? Ich, ich hatte nen Freund, der war übelst fanatisch. Also der war ein richtiger Fan, aber richtig gestört. Und immer wenn ich bei dem war, mussten wir uns das angucken, stundenlang. Und wenn ich bei ihm übernachtet habe, dann haben wir das 10, 15 Stunden geguckt. Und dann mochte ich es nicht mehr. Das kann nicht schaden. Das ist nicht zu müh'ing, oder ist so oft zu gucken? Ist so oft zu gucken. Weineberg sollte Solo-Lane. Was? Im Bot seh' ich bisher im Nichts. Boah. Gut schon. Und Ming, nicht so. Gut, gut, gut. Kann die hier? Ja. Wir holen uns erstmal Energie, ja? Jetzt laufen wir in die Tower. Fünf Leute Mitte! Was, wer soll? Ich soll in die Mitte. In die Tower. Ja, aber nur einen Shot hier. Zack, das reicht. Nicht in die Tower laufen. In diesem Fall schon. Achso, jetzt auf einmal, ja? Ist Meta geworden. Nee, die Tower laufen zu laufen. Meineberg. Das sind eigentlich nicht die Meineberg-Meta jetzt. Die kommen runter. Ich glaube ich. Da haben wir hier schon gemacht, da war es hier. Beta habt ihr schon gemacht. Da kommen alle runter. Ich ging jetzt ab. Ah, der Solo ging nicht. Ich habe so ein bisschen was von dem Babysitter. Da war es hier. NID Ich hab' geh'n abgeholt Cool down, cool down, cool down, cool down! Ah! Ah, ist okay Ein Aufschlag hier jetzt? Äh, ne, ich geh' nicht top-dich-ablösen, ich geh' zum Tribut Mario auch Nein Nein Pfff Pfff Oh, du siehst gerade Fast Glückwunsch Ihr könnt tappen, glaub ich Oh, ne, ne Okay, mal schau'n Jetzt geht's gerade Gut getötet Gut getötet Ne, glaub ich nicht Doppelkill Pfff Pfff Wop, ein weg Soll wir auf der Lane bleiben dann? Der Walter vernichtet alle mit 10% Leben mal Oh no Oh Hattest du auf meine Frage ja gesagt? Ja 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 Oh, wir müssen jetzt vorsichtig Ich werde denen So, Varian kommt wieder runter Hm Hm Team Liga Warum sind wir hier so wenig? Sorry, weil ich hier noch Knife hoch war Wollen wir das defen mussten Ich bin wieder tot Der doppelte Charge-Stun, der hat was Ich bin wieder auf die Lane gehen Ich werde einfach zum Brunnen gehen, so da hätten wir danach kommen können Die Minen läuft links mit Die Minen läuft links mit Pfff, mach doch, es wird doch egal Wo sah das gerade auf? Ach shit, ich wollte es dann auch Ach shit, ich wollte es dann auch Ich bin euer lächerlichen Streiterein Ich bin euer lächerlichen Streiterein Ich bin euer lächerlichen Streiterein Und erringt meine Golds Ich bin ein typen Curse, Leute Ich bin ein bisschen drauf aufpassen Wenn wir direkt zum Deffen da bleiben Ich bin ein bisschen drauf aufpassen, wenn die alle kommen Wenn die alle kommen Um sich zu überhaupt noch runter zu kommen zum Tribut Ich denke nicht Ein bisschen Robben auf Range Ich glaube, die Lina hat die Range geskillt Ich bin ein Felix drauf, ja Ganz bestimmt nicht bei so viel Stunnen, Junge Erzähl mir doch nix, die fokussen mich eh hier Das muss ich schnell machen, denn Bei Rotten bin ich nicht Jetzt haben wir jetzt keinen Schatz auf Gott, hab dich doch gerade geheilt Ah Alleißel, ist gut Gleifte mich Gleifte-hobe Lassel auf euch Held Ja Oh wie, lass mal lauten gehen gleich den überblick auf wie viele da auf uns zu kommen wie mingelst du holopop wo ist der mittel war der gerade noch kann natürlich sein dass er jetzt ganz leicht ist nein der ist noch nicht ich wollte gerade sagen vielleicht machen wir auf den boss aber machen wir schon mal auch nicht doch ok da waren wir dann hat den boss gesolot ich werde jetzt runterkommen ich glaube ich nicht ich sehe es nicht mehr nein weil der push noch erfolgreich in der mitte und top Er scheint ein Fond verloren zu haben. Jetzt kommt Varian runter. Und Batscher. Ja. Da kommt die Weile. Wie kann der da durchlaufen? Ich haff das nicht. Unstoppable? Ja, aber trotzdem. Eigentlich durch ein Unstoppable-Feld mit Unstoppable-Laufen. Halt dich für ein Bug. Da musst du mal besser aufpassen unten. Dann kriegen wir unseren Bot-Boss mit Sicherheit. Jaja. Er war ja ein Solo-Tee. In dem Fall hat er es nicht gemacht. Er wartet hier wahrscheinlich auch noch irgendwo. Ich drück das eher und ich krieg sie nicht auf dich drauf. Ich verstehe es nicht. Der Frau ist scheiße. Ja, die haben extrem viel Stun, ne? Mit dem Doppel-Charge-Stun ist echt übel. Das ist echt hart. Und dann noch die Tyrande hinterher. Junge, Junge. Ah, die trifft auch ganz gut mit ihren Stunts. Ja, das ist wirklich sehr schlecht. Wie kommt der Kinn? Noch mal. Geht einmal einer schnell hin, das macht das Kerl. Geht nicht schnell. Hey! Richtig! Geht nicht schnell! Mach mal oben das easycam. Können wir den Batscher in der Mitte abholen? Fehl meine König! Geht nicht schnell. 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 ihr habt die wahl feinberg darf man unten ja wäre schon wenn nicht ich wahrscheinlich jetzt im boss machen ich wollte zu dem boss gehen vielleicht können wir sie da auch contesten wer ist die scheißäule ich ja oder kommen sie die uns recken Ey. Er kriegt uns voll raus. Boah, gut, das war's. Ja. Ah, keine schlechte Idee, Butcher mit Varian verwendet. Boah. Ah, der Silence, wo kam der jetzt denn noch her? Von der Batsche aus. Ah, Flock! Jetzt wird echt noch geweckt hier. Ja, ja. Jetzt nicht mal. Oh. Niederlager. MVP. Hm. Aber im Wald hat sie mich... ...gereckt. Ja. Wer war das? Der Batscher. Vielen Dank.